91 Subordinate clauses 1 Nebensätze mit das 1 Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Woher wissen Sie das? Ich hoffe, dass es besser wird. Er kommt ganz bestimmt. Er kommt ganz bestimmt. Are you sure? Ist das sicher? I know that he'll come. Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß, dass er kommt. Er ruft bestimmt an. Really? Wirklich? Ich glaube, dass er anruft. Ich glaube, dass er anruft. The wine is definitely old. Der Wein ist sicher alt. Do you know that for sure? Wissen Sie das genau? Ich vermute, dass er alt ist. Ich vermute, dass er alt ist. Unser Chef sieht gut aus. Unser Chef sieht gut aus. Do you think so? Finden Sie? Finden Sie? Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. The boss definitely has a girlfriend. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. Do you really think so? Glauben Sie wirklich? Glauben Sie wirklich? It is very possible that he has a girlfriend. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. 92 92 92 Subordinate clauses, that, to Nebensätze mit das, zwei Nebensätze mit das, zwei Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst. I'm angry that you come so late. Es ärgert mich, dass du so spät kommst. Es ärgert mich, dass du so spät kommst. I think he needs a doctor. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass er krank ist. Ich glaube, dass er krank ist. Ich glaube, dass er jetzt schläft. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. Wir hoffen, dass er Millionär ist. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Es freut mich, dass sie gekommen sind. Es freut mich, dass sie gekommen sind. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. I'm afraid I have no more money. Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe. 93 93 93 Subordinate clauses if Nebensätze mit ob Nebensätze mit ob I don't know if he loves me. Ich weiß nicht, ob er mich liebt. I don't know if he'll come back. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. I don't know if he'll call me. Ich weiß nicht, ob er mich anruft. Maybe he doesn't love me. Maybe he won't come back. Maybe he won't come back. Maybe he won't call me. Ob er mich wohl anruft. I wonder if he thinks about me. Ich frage mich, ob er an mich denkt. Ich frage mich, ob er an mich denkt. Ich frage mich, ob er eine andere hat. Ich frage mich, ob er eine andere hat. I wonder if he lies. Ich frage mich, ob er lügt. Ich frage mich, ob er lügt. Maybe he thinks of me. Ob er wohl an mich denkt. Ob er wohl an mich denkt. Maybe he has someone else. Ob er wohl eine andere hat. Maybe he tells me the truth. Ob er wohl die Wahrheit sagt. I doubt whether he really likes me. Ich zweifle, ob er mich wirklich mag. Ich zweifle, ob er mich wirklich mag. I doubt whether he'll write to me. Ich zweifle, ob er mir schreibt. I doubt whether he'll marry me. Ich zweifle, ob er mich heiratet. Ich zweifle, ob er mich heiratet. Does he really like me? Ob er mich wohl wirklich mag? Will he write to me? Ob er mir wohl schreibt? Ob er mich wohl heiratet? 94 Conjunctions 1 Konjunktionen 1 Wait until the rain stops. Warte, bis der Regen aufhört. Warte, bis der Regen aufhört. Wait until I'm finished. Warte, bis ich fertig bin. Wait until he comes back. Warte, bis er zurückkommt. I'll wait until my hair is dry. Ich warte, bis meine Haare trocken sind. I'll wait until the film is over. Ich warte, bis der Film zu Ende ist. I'll wait until the traffic light is green. Ich warte, bis die Ampel grün ist. When do you go on holiday? Wann fährst du in Urlaub? Wann fährst du in Urlaub? Before the summer holidays? Noch vor den Sommerferien? Noch vor den Sommerferien? Yes, before the summer holidays begin. Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. Repair the roof before the winter begins. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt. Wash your hands before you sit at the table. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. When will you come home? Wann kommst du nach Hause? After class? Nach dem Unterricht? Yes, after the class is over. Ja, nachdem der Unterricht aus ist. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden. 95. 95. 95. 95. Conjunctions 2. Konjunktionen 2. Konjunktionen 2. Since when is she no longer working? During her marriage? Since her marriage? Seit ihrer Heirat? Since her marriage? Yes. She is no longer working since she got married. Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Wann telefoniert sie? Wann telefoniert sie? Während der Fahrt? Yes, when she is driving. Ja, während sie Auto fährt. Sie telefoniert, während sie Auto fährt. Sie telefoniert, während sie Auto fährt. Sie sieht fern, während sie bügelt. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich rieche nichts, wenn ich Schnupfen habe. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Wir fangen mit dem Essen an.